Also das ist der Zoo in Rabenstein. Wir haben uns überlegt, dass dort noch mehr exotische Tiere hin könnten und man trotzdem probiert, die artgerecht zu halten. Hier ist unser Eingang. Hier sind kleine Handelsstände. Da kann man noch ein bisschen zusätzliches Geld verdienen. Das ist unser Papagei. Und zwei Aquarien mit Axolotls, keine Ahnung. Und hier sind die Bräuche noch. Noch das zweite Axolotl-Gehege, wo alle Axolotls wechseln. Hier sind noch zwei Papageien von uns. Okay, das ist das hier auch noch Gehege. Ihr müsst euch ein paar Tiere noch dazu denken. Ja, weil wir haben noch nicht alles geschafft. Hier sind Kühe und Pferde und Esel. Ja, Pilzkühe gibt es in echt natürlich nicht, aber man kann ja trotzdem auch trotzdem exotische Tiere in den Zoo. Hier ist ein Spinnengehege. Die Spinnen sind aber leider ausgebrüchst. Das ist unser Bienengehege. Hier ist ein Bienen drin, gerade sieht man aber nur eine. Das sind glaube ich zwei. Das ist unser nachgebauter Nether. Ja, dort haben wir Schreiter reingetan. Hier ist auch noch ein Baumhaus. Ja, man kann sich jetzt auch noch hier in dem Zoo irgendwo in den Spielplatz reindenken. Haben wir leider nicht geschafft. Ja. Hier ist unser Fuchsgehege. Hier schläft gerade einer. Und dort auch noch. Hier haben wir zwei Füchse. Ocelots haben wir hier auch. Wir probieren generell die Gehege so darzustellen, wie der Lebensraum von den Tieren ist. Hier ist ein Panda. Dann ist hier noch unser Schildkrötengehege. Da haben wir auch schon Eier gelegt. Ja. Daraus schlüpfen dann wahrscheinlich noch die kleinen Schildkröten und dann haben wir wieder mehr Schildkröten. Hier ist unsere Höhle. Da sind eigentlich Federmolle drin, aber Schildkröte. Dann sind dort noch an den Seiten kleine Fenster für die Kinder oder so halt, die nochmal aus einer anderen Perspektive dorthin gucken wollen. Und ja. Achso, ja, wir haben noch ein Eisbärengehege gebaut. Da sind leider alle Eisbären abgehauen. Und ja, Schnee konnten wir leider nicht benutzen, weil der sonst geschmolzen wäre. Also der schmilzt eigentlich die ganze Zeit wieder weg. Und ja, dort war noch das, ein großes Panda-Gehege. Ja. Und hier ist noch unser Parkplatz. Also wir haben uns vielleicht auch dabei gedacht, ja, halt, dass mehr exotische Tiere dorthin kommen. Äh, nicht die Heimattiere, eher Tiere aus dem Ausland. Weil die Heimattiere sieht man auch mal so in der Natur und da ist es immer noch schöner. Ja. Also zum Beispiel, darum haben wir hier auch Tiere aus dem Nether genommen, weil in Minecraft ist das ja eine komplett andere Dimension. Dass das vielleicht nochmal so verdeutlicht wird. Ja, dass halt auch exotische Tiere hinzu kommen sind. Komm, wir haben dort auch eine große Kuppel drum gebaut, dass die Wärme drinnen bleibt und den Strider nie kalt wird. Ja. 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 Ja.